Hier ein paar Ratschläge, wie wir allmählich lernen können, unseren geistigen Rührlöffel abzulegen und mit unserer eigenen, grundlegenden Güte in Berührung zu kommen. Um zu Hause zu meditieren, musst du dir einen Platz dafür einrichten. Es ist wichtig, dir einen festen, bequemen, ruhigen und sauberen Ort auszusuchen. Einige Leute kaufen sich Meditationskissen, während andere lieber eine Decke auf den Fußboden legen und ein Couch oder Kopfkissen darauf werfen. Falls du Rückenprobleme hast, solltest du besser einen Stuhl benutzen. Richte dir einen Platz nach deinem Geschmack ein, den du als aufbauend und geräumig empfindest. Es ist nicht zwingend notwendig, diesen Ort völlig gegen Geräusche abzuschotten, doch die Idee ist, dass der Ort dich anziehen sollte und du dort eine Weile lang sitzen kannst, ohne abgelenkt zu werden. Setze dich nicht vor deinen Computer oder den Fernseher, selbst dann nicht, wenn sie ausgeschaltet sind. Du kannst dich aber ruhig vor eine Wand oder ein Fenster setzen. Nimm auf deinem Kissen oder Stuhl Platz. Wenn du auf einem Kissen sitzt, lege deine Beine locker über Kreuz. Sitz du auf einem Stuhl, stelle beide Füße fest auf den Boden. In der Haltung, die du zum Meditieren einnimmst, solltest du dich im Gleichgewicht und in gutem Kontakt mit dem Boden befinden. Diese starke Basis erlaubt es dir, dich gerade und aufrecht hinzusetzen. Stell dir einen Bindfaden vor, der am höchsten Punkt deines Kopfes befestigt ist und dich gerade nach oben zieht, wodurch sich deine Wirbelsäule streckt. Zwinge deinen Körper zu nichts und berücksichtige seine natürliche Krümmung. Entspanne Arme und Schultern. Buddha lehrte einst einen Musiker, der seine Meditationspraxis extrem verkrampft anging. Unser Freund Sitz sagte zu ihm, Erkläre mir doch mal, wie du dein Instrument stimmst. Wie sollte man die Saiten spannen? Der Musiker antwortete, nicht zu fest und nicht zu locker. Sitz sagte, genau, meditiere auch so. Wenn du deine Meditationshaltung einnimmst, behalte diesen Rad im Kopf. Verkrampfe deine Muskeln nicht und lass dich nicht wie ein nasser Sack hängen. Finde deinen eigenen Mittelweg. Lass die Arme locker neben dem Körper hängen. Nun beuge die Ellbogen, ohne die Oberarme dabei zu bewegen, und hebe die Hände. Lege deine Hände mit nach unten zeigenden Handflächen auf deinen Oberschenkeln ab. Das dürfte ein bequemer Ablageplatz für sie sein. Lass deinen Kopf sanft auf deiner Wirbelsäule ruhen und ziehe ganz leicht das Kinn an. Entspanne deine Gesichtsmuskeln im Bereich von Augen, Nase und Kiefer. Wenn sich dadurch dein Mund öffnet, ist das prima. Wenn es dir hilft, kannst du deine Zunge an den Gaumen legen. Noch eine Sache zur Haltung. Lass deine Augen geöffnet. Einige Meditationsrichtungen befürworten, die Augen zu schließen, während andere sich dafür aussprechen, sie aufzulassen. Ich schließe mich letzterer Richtung an. Wenn deine Meditationspraxis das Ziel hat, in der Gegenwart zu bleiben, ist es ein gutes Stück einfacher zu bewältigen, wenn du nicht vorsätzlich einen deiner Sinne ausschaltest. Außerdem passiert es auch schnell mal, dass Leute beim Meditieren einschlafen. Versuche also, deine Augen geöffnet zu halten und deinen Blick, ohne ihn auf etwas zu konzentrieren, so etwa einen guten halben bis knappe anderthalb Meter vor dir auf dem Boden ruhen zu lassen. Atem Das Objekt unserer Meditationspraxis ist der Atem. Zunächst einmal müssen wir unseren Atem nicht erzwingen. Er kommt ganz natürlich. Daher ist es einfach, sich auf ihn einzustellen. Der stetige Rhythmus des Atems beruhigt zudem den Geist. Außerdem findet der Atem im Jetzt statt. Der Atem ist immer Jetzt. Und da der Atem immer frisch ist, stellt er einen hervorragenden Anker dafür dar, uns im gegenwärtigen Augenblick zu verwurzeln. Richte deine Aufmerksamkeit auf die körperliche Wahrnehmung deines Einatmens sowie deines Ausatmens. Versuche nicht, deinen Atem irgendwie zu beeinflussen, sondern lass ihn einfach so geschehen wie immer. Geist Du wirst zwangsläufig von deinem Atem abgelenkt werden. In deinem Geist wird plötzlich irgendeine ganz dringende Angelegenheit auftauchen und entweder wirst du vom Meditationskissen aufspringen wollen, um dich um sie zu kümmern oder im Sitzen versuchen, sie zu klären. Vielleicht fällt dir auch auf, dass du ein Telefongespräch, das du vor 20 Minuten geführt hast, noch einmal im Geist durchgehst oder hin und her überlegst, was du deiner morgigen Verabredung von dir erzählen willst. Keine Sorge Jeder Meditierende vor dir hat sich mit genau diesem Problem herumgeschlagen. Wenn du feststellst, dass du dich in Gedanken, Gefühlen oder Fantasien verlierst, solltest du einfach zum Atem zurückkehren. Wenn es dir hilft, kannst du Denken zu dir sagen, um dich daran zu erinnern, dass du tatsächlich gerade denkst. Du bewertest deine Gedanken nicht als gut oder schlecht, sondern erinnerst dich bloß daran, dass du eigentlich deine Aufmerksamkeit wieder deinem Atem zuwenden solltest. Falls ein Gedanke tatsächlich mal von besonderem Wert sein sollte, sei zuversichtlich. Er wird in irgendeiner Form auch noch nach deiner Meditationssitzung vorhanden sein. Ganz egal, was los sein mag, kehre zurück. Vom Kissen springen ist nicht erlaubt. Timing Am wichtigsten ist es, deine Meditationssitzungen kurz und regelmäßig abzuhalten. Lege fest, wie lange du sitzen willst, bevor du dich an die Arbeit begibst. Auch wenn du jeden Tag bloß 10 Minuten schaffst, tu das und bleib dabei. Mit der Meditationspraxis verhält es sich ein wenig so wie mit dem Lernen eines neuen Musikinstruments. Wenn du dir einmal im Monat deine Gitarre schnappst und ein bis zwei Stunden spielst, lernst du zwar langsam das eine oder andere, wirst aber wahrscheinlich nach einem Jahr frustriert sein, weil du immer noch keinen kompletten Song spielen kannst. Nimmst du dir jedoch täglich 10 Minuten lang die Gitarre vor, würdest du ein paar Akkorde vernünftig lernen und dann ein paar einfache Songs. Und in Nullkommanichts wärst du Mitglied irgendeiner Garagenband. Das Gleiche gilt für Meditation. Wenn du ein bis zwei Stunden pro Monat sitzt, wird das wohl kaum eine spürbare Wirkung auf dich haben. Sitzt du hingegen 10 Minuten pro Tag, wirst du dich mit der Zeit ans Meditieren gewöhnen und bemerken, wie seine Auswirkungen allmählich auch dein übriges Leben durchdringen. Meditation bringt Achtsamkeit hervor. Das bedeutet ganz einfach, dem Aufmerksamkeit zu schenken, was gerade abläuft. Wir beginnen damit, indem wir uns zunächst ansehen, was in der wilden Show auf der Filmleinwand, die unser Geist ist, abgeht. Wir nehmen es wahr und benutzen Shamata, um unsere Neigung dazu, uns ständig in irgendwelche Szenarien hineinziehen zu lassen, zu durchtrennen. Wenn sich unser Geist allmählich stabilisiert, bemerken wir, dass unsere Meditationspraxis nach und nach angenehmer wird. Wir können die Show auf der Leinwand mit einem gewissen Humor betrachten. Wir sind ihr nicht mehr machtlos ausgeliefert und können unsere Aufmerksamkeit woanders hinlenken, zum Beispiel darauf, mit unserer grundlegenden Güte in Berührung zu kommen. Wir können über die Show lachen, die unser Geist aufführt, und müssen sie nicht mehr so ernst nehmen. Wenn wir an diesem Punkt anlangen, beginnen wir damit, auf unsere Meditationspraxis zu vertrauen, weil wir bereits von ihr profitieren. Dann stehen wir bereits in Verbindung mit unserer grundlegenden Güte, und wir können allmählich auch die Güte in der Welt erkennen, die uns umgibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017